Und willkommen bei Let's Play The Walking Dead 400 Days, also 400 Tage, wie es da auch steht. Ein DLC, eine kleine Erweiterung von The Walking Dead, spielt, soweit ich weiß, parallel zur ersten Episode. Oder, ja, ich glaube parallel oder kurz nach oder während der ersten Episode, ich weiß es nicht genau. Man spielt aber andere Charaktere und so wie man sich in Episode 1 entschieden hat, bei dem normalen Spiel, das hat Einfluss auf dieses 400 Tage Erweiterungsgedönze. Und je nachdem, wie man sich bei 400 Tage entscheidet, hat das Einfluss auf Episode 2. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe das Spiel The Walking Dead ja immer sehr gemocht. Und deswegen habe ich gedacht, jo, für 4,99 Euro machst du auch mal die 400 Tage. So, jetzt schnacke ich aber nicht mehr länger, sondern mach einfach mal auf Start, wenn es denn geht. Äh, Moment, ach, ich bin doof. Jetzt erzähle ich hier die ganze Zeit. Muss aber hier irgendwo woanders hingehen. Jetzt löschen wir eins. Äh, löschen wir mal das, würde ich sagen. Warnung, diese Aktion ist nicht rückgängig zu machen. Wo ist denn da? Ja, ich möchte wirklich löschen. So, neues Spiel. Oh, Moment, war das jetzt vielleicht verkehrt? Das könnte natürlich auch verkehrt gewesen sein. Äh, ich gucke mal eben. Äh, ich muss wahrscheinlich das Spiel durchgezockt haben. Würde ich mal schätzen. Warum reagiert der so langsam? Ich bin verwirrt. Gucken. Bla, bla. Bla, bla. Bla, bla. 400 Tage Special. Spielen. Für Ausgleich... Ach so. Moment, nein. Nein, 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 nein. Dann gehen wir nochmal wieder zurück. Dann machen wir eben das hier. Das haben wir ja gespielt zuletzt. Das wird auch der Spielstand sein von meinem Let's Play. Okay? So. Dann nehmen wir jetzt das. Mal gucken, was das gibt. Ich bin gespannt. I'm very excited. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Nur das, was ich euch gerade erzählt habe und mehr weiß ich nicht. Abwarten. Aber was soll man auch an so einem warmen Sommertag machen, als sich in der warmen Bude zu verkriechen. Überall Jalousien vor, Fenster zu, damit die Hitze nicht reinkommt. Einfach mal zocken. Diese Spielreihe passt sich den von dir getreuentscheidungen an. Die Handlung irgendwas. Telltale Games präsentiert. In Zusammenarbeit mit Skybound Entertainment. Ist das auch noch kurz vor dem Ausbruch? Oh, und so sieht es danach aus. Ist das vielleicht 400 Tage danach oder so? Oh, ich mag diese Grafikart. Boah, ist das günstig. Ne, gar nicht. Ach, ich weiß nicht. Bin verwirrt. Schell, Russell, Bonnie, Brasite, Vince, Wyatt. Tja. Ach so. Jetzt verstehe ich. Jetzt hier kann man sich aussuchen, wen man spielen möchte. Ah, man hat die Auswahl zwischen Vince, Wyatt, Shell, Russell oder Bonnie. Tja, mit wem fangen wir an? Fangen wir ganz normal links an. Vince ist doch der, der auch später in der Serie ist und der uns auch über den Weg läuft im Spiel, oder? Huch, das war nur meine Spülmaschine. Okay. Wir nehmen jetzt einfach mal Vince. Wir fangen einfach mal von links nach rechts an. Mit Vinci. Ich muss mir unbedingt endlich mal die dritte Staffel. Huch ist er wohl doch nicht. Oh, ein kleiner Mörder, unser Vince. Ein Vendetta-Mörder. Ach, hier sind wir. Okay. Das ist die Heimatstadt von, ähm, hier, Dingsi, unserem Hauptprotagonisten. Oh, fuck. Sehr unklug von ihm, keine Handschuhe zu tragen. Oh. Hm. War das Dach wohl die falsche Entscheidung? Hm. Vince. Tag zwei. Nö, ich bin mit dem. Ach, ja. What the hell, man? What? You know. Cut it out. Jesus, you guys. You gonna make me? Yeah. Hey, Vince. Justin's gonna make me. It's too hot for this shit. Vince, I'm making him hot now. Yeah, Danny, you're making me hot. I knew it. I got that latin heat you can't resist. Come here, boy. You guys ever gonna quit? How else we gonna pass the time? Hey, man. How about you open a fucking window? It's a prison bus, asshole. The windows don't open. Hey, Justin. See that guy in the beat-up truck? I bet he lives in that truck now. You probably got his whole house. Life savings. Shit. I bet you stole his dog. You steal his dog, man? I wasn't stealing from guys like that. Anyway, better than stealing his virginity. Hey, how many times I gotta tell you? Here we go. Seriously, I was falsely accused. How old was she? 15? Damn it, it ain't like that. You telling me there wasn't a star witness waiting around in your white van? I'm shocked. Okay, you were falsely accused. Nobody's judging you here, man. Yeah, the judge took care of that. Evans. Tell you what, guys. I ain't afraid to say it. I'm really missing my girlfriend right now. I'm guessing she's pretty pissed at you. It's worse than that, man. She won't talk to me. Haven't heard her voice in months. She's really messing with me, like for real. Just let it go, man. I want to, but you know, I love her, man. You should call her up when we get there. You gotta face that shit. You know, you're right, man. First call I get. Danny, I know you don't realize this because you're you, but you probably ruined that poor girl's life, you piece of shit. Big talk from white collar back there. How many lives you wrecked, kid? Who cares? Hotter than hell up in here. I'm getting dehydrated. Hey, how about some water back here? Shut up back there. I thought you took the stand and cried your eyes out. Didn't you lose your shit and tell them you didn't know what you were doing? I lied. Turns out I'm good at that. You lied on the stand? See, that's the kind of shit I could never do. Religious? Nah, man. Watch a lot of cop shows? Nope. What then? It just ain't right. You should have been a man about it. I can't believe I'm getting my moralistic shit kicked in by a couple of criminals. You want to know the funny thing? I don't regret any of it. I carried my victims for years. They knew what they were getting into. And now here I am. And there they are. And Wall Street assholes pulling the same scores are smiling on TV. Fuck that. Yeah, I'm good at the right, right? It was like a pyramid scheme. Aren't those kind of shit? It was a really good pyramid scheme. Good shit is still shit. This was some pretty elegant shit. Fuck Wall Street. Fuck Wall Street. Fuck Wall Street. How much did you make off with anyway? Enough. So like a couple hundred K? A little over a hundred. Million. God damn, boy. Oh, when we get out of here, you, me and Vince, we got to go into business. Know what I'm saying? You know, I don't actually know a thing about you, Vince. Maybe he's a priest. Yeah, Father Vincent. I bet he touched a kid. I helped my little brother. They send you to prison for that now? He was in trouble. I had to help him out. I knew it was something stupid. You regret it, man? If you're saying what I think you are, I got respect for you, man. But that's a hard thing to carry, you know? No, he's a manics. How'd they get you? Tossed the gun up on a roof. And? It was a good throw. And a roofer found it the next day. You gotta be kidding me. Man, you're bad luck, Vince. Bad luck, Vince. Ha ha, that's not bad. What do you think, Justin? What the fuck are you gonna do about it? Fuck you. Fuck me? Fuck you, motherfucker. Oh shit. I'm going to bring him. Crab tree, knock it off. Hey, get in there, man. Sit down, goddammit. That's right. Anyone know this guy? Nah, man. No idea. Damn it, crab tree. Don't make me come back there now. He's gonna kill him, Vince. Let the guard handle it, guys. Fuck that. We gotta get in there. You do not want to get in the middle of that shit, Danny. Vince, we gotta do something. You know this ain't right. I'm not doing any more time to save some stupid asshole. Where's your empathy, man? Help him, Danny. What's that? Speak up, boy. I can't hear you. It's too short. Crab tree, I'm warning you one last time, goddammit. You gotta get in there. Get yourself in there and break that shit up, man. Come on, boy. Get back there. Okay, asshole. Let him go. Get in between them, goddammit. He's gonna kill that boy. Crab tree? Last warning. Knock him out. Let him go, goddammit. Uh... What the fuck was that? Fuck. Fuck. Jesus. What happened? Ja gut, wenn der Kopf weg ist, dann kann ja nichts passieren. Goddammit, boy. Answer me back there. That guy's still alive. Get those Cuffs off him, man. Ach, scheiße, aber der andere nicht. Der wird jetzt zum Zombie. Oh, nein. He made a move on me. I-I-I-I-I don't know. He made a move? Or you don't know? Which one? He's still breathing? He's, uh... Fucking fuck. You gotta call someone, man. What? I'm calling this in. Don't. Don't call it in yet. Just, just wait, okay? Just give me a damn minute. He might still be alive. Call a damn ambulance, man. I just need a minute. I need a minute to think. You ain't got a minute. Shut up, you hear me? Just shut your mouth. Don't call it. Nichts. Okay, okay. Calm down. Take it easy. I'll calm down when you quit running your fucking mouth. Everybody needs to calm the fuck down. Situation's bad enough as it is. He's right. Let's all just take it down a notch, okay? Hallo. Nein. You really want to pull that trigger again, son? Thanks, man. What the fuck? That's action. Did you see that? I saw it. Yeah. Hey, you gotta get us the hell out of here, man. We're not going anywhere. Fuck that. Get this bus moving. Hey, driver. Let's go, man. We're staying right here. We're safe inside the bus. We're safe inside the bus. Oh, shit. Oh, shit. You need to call someone. You hear me? Oh, there's a lot of people. We need to... Did he just bail on us? Oh, Jesus. Ach, you fuck. What the hell, man? Back up. Back up. Fuck. 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 Okay. He can't reach us. You sure about that? Thanks, but we're here. Shit. Äh, 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 äh. Was hat der richtige her? Äh, nein, scheiße. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, 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 äh. So, genau, untersuchen. Schlüssel. Ah, der wacht auch gleich wieder als Zombie auf, oder? Äh, äh, äh. Oh ja. Hm, schön. Ja, worauf denn? Geh drauf. Ja, das bringt ja viel. Ich will auf die blöden Ketten schießen. Fuck. Was soll ich denn noch machen? Die Fenster. Oh, nicht sinnvoll. Oh ja. Oh ja. Ich will never get past those bars. Hä? Hä? Oh Leute. Was ist das denn? Ach so, Danny Fußfessel? Ja, nehmen wir die. Ja, nehmen wir die. I'm sorry man. Fuck you! Do it! Hurry! Justin's just gonna slow you down. Woah, du Scheiße. Das fängt ja direkt super geil an, ey. Woah! Oh nein, das ist ja voll kacke. Wer nimmt denn da mit? Ach, scheiße. Dann hätte ich mich anders entschieden. Ich dachte, wen ich wähle, den nehme ich mit. Ja, das geht ja gut los, du. Ach, das war's jetzt schon? Aha. Gut. Das war jetzt also der Winz. Ähm, ja, was soll ich sagen? Huch! Genau. Ich mache nämlich jetzt hier einen Schnitt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, hinterlasst mir gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder ein Abo. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit den anderen Charakteren weitergeht. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Walking Dead 400 Days. Bis dann. Tschüss! 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 Tschüss!